Wir kommen zurück bei Nioh. Die Frage ist, kommen wir da hoch? Ja, ich glaube, da gibt es nachher eine Leiter, oder? Ja, tatsächlich gut. Die Maus! Und sie ist weg. So, mal gucken. Vielleicht werden wir unsere Beziehung jetzt verbessern zu der Dame. Wie er da liegt. Ach, das spiegel ist schon geil. Ich kriege schon wieder eine leichte Gänsehaut, weil es einfach... Es entwickelt sich langsam. Es entwickelt sich langsam gut. Die Frau, die Frau, ist schon gut. Ich habe schon wieder疲ert. Die Frau, die Frau, nicht genau? Das war's für mich. Das war's für mich. So, wo? Aber ich würde mich freuen, wenn ich so eine Dame begleiten würde. Du hast einen versiegelt Vers erhalten. Du hast die Magie Dunkles Phantome erhalten. Dunkles Phantome entsinne einen magischen Doppelgegen der Gegner in deinem Umfeldangriff aufladen, um die Reichweite des Angriffs zu übergrößern. Die wilde Begleiterin. Ja. sie begleitet uns jetzt oder nice speichern so wir gucken kurz nach der neuen fähigkeit hoffentlich lohnt es sich so 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 Die Fähigkeit ist irgendwie komisch. Nehmen wir den Speer. Ich glaube die Frau ist gar nicht so schwach, warum auch immer sie diese komische Magie hat. Ich bin hier gerade am aufsammeln. Aber was wir mal probieren können ist die Hand. Das ist nämlich auch ganz nice. Und wir sammeln extrem viele Wörter mittlerweile. Ich frag mich, ob man die irgendwann verbinden kann zu einem großen, dass das auch richtig lohnt. Okay. um 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 hey hör auf die schafe zu töten hoffentlich kann ich nicht herausrauben ja haben wir fleiß haben wir fleiß haben wir fleiß die die vielleicht kriegen wir noch zehn zusammen für die quest also dann können wir noch mal eine quest abgeben für ein bisschen geld ja alles klar wie fahren wir denn mittlerweile falls falls gegenstände 13 von 99 hier müsste reichen für 10 ja bei 13 hey oder das war da Das war's für heute. hm warum hat die so probleme mit menschen ja ich meine es sind menschen klar der junge der draußen warum hat man wunderschön blume jaja das kennen machen das können wir gucken wir mal nach unserem weißen ich hoffe es ist nicht wieder verdorren oder wie auch immer wahrscheinlich ist es nicht fertig und jetzt wenn wir weggehen dann wird es nur schlimmer weiß ich habe es genug gewässer du mich auch guck mal kurz bei unserer schwester vorbei stärke troffen 500 gold die melone wir müssen unbedingt die melone besorgen bevor wir in die wüste gehen und ich glaube wir brauchen immer noch weizen wie sieht es eigentlich mit der quest aus wo wir haben wo wir haben hier nicht abgeschlossene jona hat mich um eine melone gebeten und hier für ihn auch noch zehn weißen und zehn sardinen auch immer wir sardinen herkriegen der würde die weiteres für jetzt diesmal braucht sie ein adler das an hohen und wenigen orten zu finden ist okay okay nur nahe müssen wir noch finden ich hoffe das reddits wir müssen wo raus aus straße also doch da oben okay dann gehen wir mal oben raus und dann gehen wir mal auf die 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 Gepäcklimit erreicht, aber natürlich, oh guck mal eine Echse, nehmen wir natürlich mit. Ah man, wir wollten eigentlich das Fleisch schon noch abgeben, egal. Entschuldigung, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mag das Mädchen ehrlich gesagt, sie ist sehr sympathisch, also es hat nichts mit ihrem, äh, ihren Aufzug zu tun. Hey, wo ist das, wo ist die Stadt der Schmied? Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein lustiges Ort. Okay. Du bist auch ein lustiges Mann, Herr Schiw. Ich gehe jetzt. Oh, das Buch ist so nice. Oh, ich hasse Wüsten. In jedem Spiel hasse ich Wüsten. Was ist denn, in diesem Wohnzimmer? Diese Wohnzimmer ist sehr... Diese Wohnzimmer... Ja, ja, scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Du mich auch. Doch, ist es. Ja, ist okay. Sie machen Geräusche, man hört es aber kaum. Warum hört man das so schlecht? Ich glaube, jetzt hört man es besser. Wölfe bekämpfen. Okay, ein Schattenwolf. Ich hasse Wüsten so sehr ins Spiel. Hier habe ich das schon nicht gemocht. Aber hier ist es genauso beschissen. Da leuchtet was. Ja, ich muss das jetzt... Nee, wir holen das jetzt nicht. Ah, die Fußboden sind cool gemacht, muss man sagen. Und die Rolle leider nicht. Okay, die Städte sind aber nicht wirklich weit voneinander entfernt, muss man sagen. Ich habe das jetzt nicht gemocht. Ich habe das nicht gemocht. Ich habe das nicht gemocht. Ich habe das nicht gemocht. Was ist das? Das ist das Kaine, Gattel! Ich bin ich, das sind wir, von uns. Was? Das ist einfach nur ihr Äußeres. Was ist jetzt nicht prostituiert? Das kann natürlich auch sein. Wow. Okay. Ja. 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 Warum nicht? Das könntest du ruhig sein. Schön. Nein. Ich habe es zerbrochen, tut mir leid. Oh, kommen wir da hoch? Nope. Ja, ich würde sagen, jetzt bevor ich mich hier in der Stadt umschaue, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine wunderbare Zeit wie immer. Und ja, freue mich in der nächsten Folge, euch dann wiederzusehen. Bis dahin eine wundervolle Zeit.